Aufnahme ist jetzt aktiv an, also Codierung ist komplett überlastet, Bruder, ich muss kurz was ausprobieren, weil wenn Codierung komplett überlastet ist, dann haben wir hier Probleme. Taskmanager, okay, okay 300 FPS, na, oh mein Gott, scheiß 600 FPS sind aktiv am Start, CPU ist vollkommen heavy, so ist CPU.